Jetzt kommt es knüppelknöppeldicke. Geheimplan verhandelt die Bundesregierung über eine Mehrwertsteuererhöhung auf 21%. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Im Internet kursieren aktuell wieder die wildesten Gerüchte, unter anderem brisant. Die Regierung verhandelt die Mehrwertsteuererhöhung auf 21%. Das sollte das Volk nicht erfahren. Geheimplan Ampel will die Mehrwertsteuererhöhung auf 21% beschließen. Dazu die entsprechenden bildlichen Überschriften auf diesen Videos, die man auf YouTube lesen kann. Meine Damen und Herren, es ist unglaublich, was ich hier alles im Internet zu diesem Thema lesen und hören muss. Das ist einfach sensationell. Ist eine Mehrwertsteuererhöhung auf 21% durch Habeck und Lindner beschlossene Sache? Von einem Geheimplan ist die Rede, dass die Ampel die Mehrwertsteuer erhöhen will, von millionenfacher Abzocke oder einfach nur brisant die Bundesregierung verhandelt über die Mehrwertsteuererhöhung. Als ob die Mehrwertsteuererhöhung schon beschlossene Sache ist und der Lindner sich auf über 30 Milliarden Euro Mehreinnahmen freuen kann, die ja praktisch 2% Mehrwertsteuererhöhung im Schnitt bringen würden. Als ob das sozusagen schon die Bundesregierung beschlossen hätte. Ja, was steckt da einfach dahinter? Nichts, meine Damen und Herren, absolut nichts. Das ist das billigste Clickbaiting, was ich nur kennen kann. Ja, Angst und Schrecken verbreiten. Fakt ist, da ist nichts beschlossen. Die Bundesregierung, wir wissen überhaupt nicht, es ist nichts dazu veröffentlicht, ob die Bundesregierung in Konkretu genau zu diesem Thema verhandelt. Auch über die Frage, ob da tatsächlich die Mehrwertsteuererhöhung im Raum besteht. Dazu sage ich aber gleich nochmal was. Es gibt keinerlei, nicht mal ansatzweise nachvollziehbare Informationen zu diesem Thema. Da sind aus meiner Sicht wieder die sogenannten Volksverbesserer, die Weltuntergangsverschwörer, die Clickbater, die Angstmacher am Werke, die sozusagen mit ihren doch recht einfach gestrickten Videos einfach nur Kohle machen wollen und ihnen Angst machen wollen. Denn mit Angst und mit schlechten Nachrichten, das ist ja nun hinlänglich bekannt, lässt sich gut Kohle verdienen. Ich kenne im Internet nur eine, sagen wir mal, für mich noch halbwegs verwertbare Quelle zu diesem Thema. Das zeige ich Ihnen mal. Und zwar zu diesem Thema. Ampel will Unternehmen steuerlich entlasten, warum sie wohl die Mehrwertsteuer anpacken wird. Auch das hat der Fokus Online am 19.02.2024 veröffentlicht. Und da ist die Überschrift so, ich mache das mal noch ein bisschen größer, wenn ich das hier hinkriege, für Sie. Ja genau, dass die Bundesregierung die Unternehmen steuerlich entlasten möchte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Doch dafür muss die Ampel anderswo mehr einnehmen. Und da sind es jetzt Ökonomen, die plädieren für eine Mehrwertsteuererhöhung. Aber kein Mensch, weder Habeck noch Lindner, haben jemals gesagt, dass sie die Mehrwertsteuer erhöhen wollen. Dazu möchte ich jetzt auch nochmal was sagen. Es ist relativ unstreitig, meine Damen und Herren, dass Habeck und Lindner über eine Unternehmenssteuersenkung verhandeln. Da Lindner wie völlig verbohrt in zwei Sachen auf die Schuldenbremse beharrt und mit seiner Partei keine Steuererhöhung zu machen ist, wird dieses großartige Steuergeschenk, wenn es denn kommt für Unternehmen, vor allen Dingen dann auch wieder für die Großunternehmen irgendwie gegenfinanziert werden müssen. So, das wäre natürlich mit einer Mehrwertsteuererhöhung prima zu machen. Das würde sich auch prima rechnen. Aber wir wissen alle, die FDP ist strikt gegen eine Steuererhöhung. Ein Argument für die Mehrwertsteuer könnte vielleicht noch sein, dass Deutschland mit 19 Prozent Mehrwertsteuer am unteren Ende in dem Ranking bei den Europa-Ländern steht. Da ist es zum Beispiel so, dass Ungarn mit 27 Prozent doch relativ weit oben ist. Da könnte man jetzt sagen, naja, Deutschland kann da ruhig mal locker zwei Prozent draufpacken. Nee, meine Damen und Herren, auch das ist mit der FDP nicht zu machen. Daher kann es eine Unternehmenssteuersenkung aus Sicht der FDP nur mit Einsparungen an anderer Stelle erfolgen und geben. Das wären dann zum Beispiel wieder Einsparungen im Sozialbereich. Da ist ja die FDP sozusagen auch bekannt dafür, das durchzusetzen. Und da lässt sich ja dummerweise die SPD und auch die Grünen sozusagen wie an der Nase durch die Manege führen. Aber eine Mehrwertsteuererhöhung, die die FDP beschließen würde, wäre deren politischer Selbstmord. Damit wäre die Partei, die ja sowieso aus meiner Sicht komplett schon erledigt ist, jetzt noch mehr erledigt. Und kein Mensch mehr würde diese Partei überhaupt noch bei der Bundestagswahl wählen. Also ich würde dann die Empfehlung abgeben, lass die Hände bloß weg von dieser FDP. Eine Mehrwertsteuererhöhung würde für uns alle und für alle Rentner eine massive Kostenerhöhung bedeuten. Und dies in Zeiten einer immer noch sehr, sehr hohen Inflation ist das absolut Gift, auch für die Konjunktur. Meine Damen und Herren, ich kann nur so viel sagen. Mit der FDP wird es keine Steuererhöhung geben. Deswegen ist das, was wir hier im Internet erleben, nichts weiter als billiges Clickbaiting. Dem schließe ich mich natürlich nicht an, sondern ich habe ganz bewusst meine Überschrift so gewählt, dass sie schon relativ schnell erkennen können, dass das alles nur Blödsinn ist, was dort verbreitet wird aus meiner Sicht. Aktuell ist eine Mehrwertsteuererhöhung nicht geplant. Ich habe keinerlei Quelle im Internet oder ich habe keine Quelle im Internet gefunden, die aus seriöser Sicht nachvollziehbar ist, wo man mal darüber nachdenken müsste, ob das wirklich so ist, ob die Bundesregierung da wirklich etwas vorhat. Es ist uns nichts bekannt. Und ich bin auch der Meinung, dass solche Schwurflernachrichten nur dazu dienen, Ihnen Angst und Bange zu machen. Und deshalb lesen Sie sich bitte diesen Blödsinn einfach nicht durch. Warten wir ab, was die Bundesregierung in Sachen Unternehmenssteuerreform machen möchte und wie das vor allen Dingen gegenfinanziert wird. Ich gehe davon aus, dass eine Mehrwertsteuererhöhung, wie hier behauptet, auf 21 Prozent nicht kommen wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich bin im Übrigen kein Weltuntergangsverschwörer und auch kein Verschwörungstheoretiker. Ciao!